Du hörst die Leipziger Podcast-Betriebe. Eine hörbare Stadtrundfahrt mit Alex und Kevin. Hallo, schön, dass du da bist. Wir laden dich ein, zusammen mit uns die wohl schönste Stadt der Welt zu entdecken und nehmen dich mit auf eine hörbare Stadtrundfahrt via Bus, Bahn, Bike und Tram. Mit spannenden Orden und interessanten Fakten bringen wir dir die Schönheit dieser Stadt direkt ins Ohr. Außerdem gibt es am Ende der Folge, naja, sowas ähnliches wie Veranstaltungstipps, denn auch kulturell hat die Messestadt trotz Corona so einiges zu bieten. Also, auf los geht los. Bitte alle einsteigen. Nächste Haltestelle. Gruß Schacher. Und hier sind eure Tourguides, Alex und Kevin. Hallo an euch da draußen vor den Abspielgeräten. Ich gewöhne mir das jetzt einfach immer an. Ja, du bist halt ein Kind der 90er. Da gab es noch Plattenspieler und Kassettenplayer. Walkmans. Walkmans. Ja, aber natürlich auch. Hi an dich, Alex. Aloha, es sind ja schon fast sommerliche Temperaturen heute. Mega. Da sind wir gar nicht mehr gewöhnt. Wir sind hier in kurzer Hose unterwegs. Tank Top und das Badehandtuch haben wir auch schon über die Schulter. Ja, genau. Denken uns heute einfach mal Leipzig schön warm. Wir sind ja auch gar nicht, wir können ja ein kleines bisschen spoilern, auch wenn wir darüber eigentlich gar nicht reden. Wir sind ja auch in der Nähe vom See, Naturbad hier und so. Ja, Großtschacher. Richtig. Bin ich jetzt nicht so volviert, aber wir haben ja heute wieder fachliche Unterstützung dabei. Das stimmt, aber da kommen wir gleich dazu. Hast du irgendwas Neues? Erstmal so ein paar Good Vibes wieder. Ein paar Good Vibes, ja. Ich hätte was. Oh. Und zwar 2040. Also wir müssen 2040, da müssen wir noch ein bisschen hin, aber spätestens dann haben wir mindestens 65.000 Menschen mehr ZuhörerInnen hier im Podcast, weil der Bevölkerungszuwachs in Leipzig steigt und steigt. Hast du jeden mit eingerechnet, der sozusagen zuzieht und dann direkt vom Bürgeramt so eine Visitenkarte von dem Podcast betrieben bekommt? Das ist eigentlich eine perfekte Idee. Warum machen wir das nicht? Wir sind dran. Wir sind dran. Genau. Ja, das sind doch mega gute Good Vibes, schon mal so für den Start. Ich bin motiviert. Kannst du dir das gerade vorstellen, 65.000 Menschen, wenn die dir zuhören? Da bricht ja Spotify zusammen, das kommt auch gar nicht so. Ob wir dann auch mal in die Firmenzentrale von Spotify eingeladen werden? Da komme ich doch endlich mal nach New York. Letztes Jahr hat es ja nicht geklappt durch Corona. Naja. Mal gucken, wann wir wieder fliegen dürfen. Vielleicht erfahren wir das ja heute auch noch. Vielleicht. Spoiler Alert. Okay. Runde drei heute. Wir sind wieder mit unserem Kooperationspartner unterwegs, der LVB, Leipziger Verkehrsbetriebe. Und wie ihr das ja mittlerweile wisst, gibt es diese Kampagne, Lass dich nicht aufhalten, wo ganz viele Fahrgäste ihre Geschichten an die LVB geschickt haben. Und heute haben wir die Sarah bei uns. Und ja, bevor es jetzt gleich mit dem Interview losgeht, macht nämlich der Alex wieder hauptsächlich. Ich gebe jetzt meine Triggerwarnung raus. Kannst du dir auch denken, warum Alex vielleicht? Ich habe ja auch gerade schon gespoilert so ein bisschen. Also gutes Wetter. Es hat was mit gutem Wetter zu tun, mit Verreisen. Und ja, so ein bisschen Urlaubs-Vibes bringen wir heute vielleicht rein. Vielleicht sind das die Good-Vibes, die du vorhin brauchtest. Aber wie gesagt, die Triggerwarnung an der Stelle muss sein, weil ihr dürft nicht reisen. Das ist das Problem. Und deswegen könnte das den einen oder anderen psychisch total aus dem Konzept bringen. Mich vor allen Dingen vielleicht auch. Ja, du brichst dann hier zusammen während des Interviews. Die Sehnsucht lässt grüßen. Genau, weil wir werden heute vielleicht ins Urlaubsland unserer Träume entführt. Ich bin gespannt. Ja, und damit, ich gehe jetzt mal Kaffee trinken und du kannst ja... Ihr habt es gerade im Hintergrund gehört, mit der Straßenbahn zu uns gekommen, zu den Leipziger Podcastbetrieben. Ja, da fährt es auch schon wieder weg, die Straßenbahn. Ist die Sarah. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Du hast teilgenommen bei der LVB bei Lass dich nicht aufhalten und hast eine ganz tolle, ganz besondere Geschichte geschrieben, nämlich als Flugbegleiterin private Rundreisen in Leipzig erleben. So sieht es aus, genau. Crazy. Also das ist jetzt die Triggerwarnung, die Kevin gerade ausgesprochen hat. Du arbeitest bei einer Fluglinie, normalerweise jetzt gerade eben nicht. Genau, ich bin nämlich gerade im Mutterschutz und erwarte jetzt in einem Monat ein kleines Baby. Oh, in einem Monat ist es schon soweit. Herzlichen Glückwunsch. Danke, danke, danke. Ja, auch von mir herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Naja gut, als Erzieher freut man sich natürlich auf die Arbeit. Arbeitsplatzsicherung. Ich wollte gerade sagen, eure Arbeitsplätze werden sicherlich erhalten dadurch. Stell dich doch mal kurz vor, was muss man sonst so über dich wissen? Ja, genau, also wie ihr jetzt schon mitbekommen habt, ich bin die Sarah, arbeite beruflich als Flugbegleiterin und bin hier im wunderschönen Großschocher zu Hause, wo wir uns gerade befinden, an der Haltestelle. Ja, jetzt gerade befinde ich mich noch im Mutterschutz und hoffe dann aber bald wieder, sobald die Grenzen auch wieder offen sind, unterwegs sein zu dürfen. Stimmt, also ich hätte dich sonst gefragt, Corona, ist das irgendwie so ein Ding, was dich gerade beruflich beeinflusst? Aber wahrscheinlich hat sich das gut ergeben, so mit der Schwangerschaft. Ich wollte gerade sagen, Zeitpunkt perfekt genutzt. Nee, aber ansonsten, ja, würdest du halt schon die krassen Einschnitte sehen, dass du halt überhaupt nicht mehr unterwegs bist und so. Ich sehe es an meinem Freund, der ist nämlich auch Flugbegleiter und ja, wir hocken die ganze Zeit zu Hause und da passiert es halt nun mal, dass es dann auf einmal zu einem Kind kommt, ne? Und ihr habt euch, das ist auch nicht, du hast dich jetzt auch beruflich mit deinem Freund irgendwie, habt ihr euch kennengelernt? Natürlich, love is in the air und so. Das zieht sich wie ein roter Faden durch diesen Podcast. Irgendwie alle lernen sich beruflich kennen, Marlene ja auch, Altenpflegerin. Spannend, erzähl doch mal so ein bisschen, wenn wir schon bei deinem Beruf sind, wie so dein Alltag da aussieht. Also ist man da so eine Woche auf Achse und hat dann irgendwie eine Woche frei oder wie sieht so dein Berufsalltag als Flugbegleiterin aus? Also es geht erstmal damit los, in Leipzig ist zwar viel los, aber unser Flughafen ist halt leider jetzt nicht wirklich gerade so prall. Deswegen geht es von hier aus erstmal immer nach Frankfurt und ab Frankfurt startet dann die große Reise. Das ist quasi so mein Arbeitsplatz, wo es dann losgeht. Und je nachdem, wie oft man im Monat unterwegs ist, wie oft man eingeplant ist, bist du dann bis zu vier, fünf Mal im Monat unterwegs, zu normalen Zeiten und siehst dann halt so einiges von der Welt. Bei uns ist es so, dass wir nicht nur eine bestimmte Strecke fliegen, also dass wir zum Beispiel nur auf einer Kurzstrecke unterwegs sind oder dass wir halt nur Langstrecke fliegen. Bei uns ist es bunt gemischt, dass jeder mal überall hinkommt. Also ist man auch unterschiedlich lang unterwegs und es gibt nicht so ein krasses Schichtsystem, dass man sagt, ich habe ja heute Frühschicht, wir sehen uns heute Abend, Schatz. Sondern es kann auch sein, naja, ich bin erst in drei Tagen wieder da. Nee, du kannst es halt überhaupt nicht verallgemeinern. Also von wegen auch, ja, ich habe hier so eine 40-Stunden-Woche oder so. Es ist bei uns halt überhaupt nicht so, dass entweder man eine Woche, wo du gar nicht arbeiten gehst oder eine ganze Woche, wo du weg bist. Das sieht eher so aus. Das heißt, ihr übernachtet dann auch in den Ländern, wo ihr dann seid oder fliegt ihr direkt wieder zurück nach Frankfurt? Genau, man kann sich das ganz gut so erklären. Und dann, umso länger der Flug ist, umso länger bist du dann halt auch vor Ort beziehungsweise hast du danach eine längere Ruhezeit wieder zu Hause. Und genau, je kürzer der Flug ist, umso kürzer bist du dann halt auch vor Ort. So sieht das aus. Also sag mal jetzt mal, du fliegst bis ans andere Ende der Welt. Unser längster Flug ist zum Beispiel nach Buenos Aires. Und da bist du dann halt auch schon drei, vier Tage vor Ort, bis es dann wieder zurückgeht. Aber es gibt halt auch eine Übernachtung zum Beispiel in Leipzig. Fliegst halt von Frankfurt nach Leipzig, schläfst dann hier und dann geht es am nächsten Tag weiter. Krass. Und ihr dürft dann auch raus dort und das Land erkunden? Normalerweise ja. Jetzt gerade natürlich nicht. Jetzt sieht das auch mit Hotelquarantäne und alles ein bisschen anders aus. Aber normalerweise kannst du dann vor Ort machen, was du möchtest. Darf ich noch eine ganz kurze Frage zu? Es gibt ja Länder, wo du Visa und sowas brauchst. Das hast du dann automatisch oder was? Das macht dann dein Arbeitgeber alles? Das ist quasi so mit einer Voraussetzung, dass du den Beruf ausüben kannst. Genau, das brauchst du einen unangeschränkten Reisepass, dass du überall mit reinkommst. Aha, da hat man also solche Vorzüge. Genau, genau. Kannst du natürlich den auch privat nutzen, umso besser. Umso besser natürlich, dass dein Freund genauso so einen uneingeschränkten Reisepass hat. Das stimmt, das stimmt. Oder dürftest du den Partner dann theoretisch mitnehmen, der eben keinen? Naja, nee, du brauchst trotzdem dein Visum. Also zum Beispiel, wenn ich meine Eltern jetzt mitnehme, die brauchen dann trotzdem ihr eigenes Visum, dass sie dabei mit reinkommen. Schade, dann wird es mit uns nix. Wie viele Stempel hast du denn schon in deinem Reisepass drin? Oder wie viele Reisepässe hast du schon voll gemacht? Das ist so eine typische Frage, aber es ist halt leider so, dass wir überhaupt keine Stempel sammeln. Also wir bekommen gar keine Stempel. Ja, genau. Es gibt so eine Crew-Lane, wo du dich dran vorbeischmuggelst quasi. Jetzt haben wir ja auch keine Flugmeilen, ne? Nee. Das wäre auch cool. Das wäre ein richtiger Bonus, aber leider nein, leider nein. Also wenn ihr Flüge buchtet, ihr müsst immer die letzten, die quasi frei sind noch, die bekommt ihr dann, ne? Genau, ich sehe schon. Der Fahrgast hat immer Vorrecht, oder wie man das nennt. Genau, du hast so richtige Insider-Infos schon, wie ich hier sehe. Ja, genau. Investigativ. Ja, wenn wir mal privat mit unterwegs sind und uns da quasi einen vergünstigten Flug buchen, kommt es halt immer darauf an, wenn die Maschine noch leer ist und Platz für uns ist, ist es überhaupt kein Problem, dass wir da mitkommen. Aber angenommen, es gibt halt mehrere Passagiere, als es Sitzplätze gibt, dann haben die natürlich Vorrang, weil die sind die Vollzahler und wir sind quasi bloß, ja, das, was übrig bleibt, die da noch mitkommen könnten. Und wenn die Maschine halt voll ist, dann ist sie halt voll und wir kommen nicht mehr mit. Hat dich schon mal getroffen? Ähm, tatsächlich sah es mal ganz eng aus von einem Flug von Frankfurt nach Leipzig, als ich Feierabend gemacht habe und nach Hause wollte. Und da sah es echt eng aus, aber es gibt halt noch die Flugbegleitersitze, wo wir halt auch darauf arbeiten. Und wenn da noch einer frei ist, hast du das Glück, dass du da noch mitkommst. Und da hatte ich Schwein gehabt und Gott sei Dank da noch mitfliegen und nach Hause und Feierabend machen. Ist das ein abwechslungsreicher Beruf oder ist das, also du hast ja schon gerade von dem Benefit, dem Hauptbenefit erzählt, du kommst halt megamäßig rum in der Welt. Was ist noch so toll an dem Beruf? Ich wollte gerade sagen, also das ist, glaube ich, eine rhetorische Frage, dass man um die Welt kommt, das ist mega. Also auf jeden Fall. Was ist noch so ein Benefit? Ja, ich meine, es gibt so viel und mir fällt einfach gerade nichts ein. Gäste wahrscheinlich auch, oder? Also dass du einfach so viele Kulturen auch einfach kennenlernst, schon im Flugzeug, ohne aussteigen zu müssen. Ich wollte gerade sagen, du hast einfach das Privileg, neue Kulturen kennenzulernen, ohne dass du dafür jetzt irgendwie großartig eine Auslandsreise machen musst oder so. Du bist halt einfach vor Ort da und bist halt mitten im Geschehen und das ist halt einfach dein Beruf. Also ich meine, klar, du musst auch ein bisschen arbeiten zwischendurch und so, so sieht es nicht aus. Aber wenn du dann halt da vor Ort bist, was du alles von der Welt siehst und so, was ich jetzt innerhalb von den drei Jahren schon gesehen habe, das ist halt echt Wahnsinn. Drei Jahre bist du jetzt, fliegst du jetzt schon? Genau, genau, so sieht es aus. Gibt es da so eine Begrenzung, dass man im Jahr nur eine bestimmte Anzahl an Stunden fliegen darf? Weil ich weiß gar nicht, bei Piloten ist es glaube ich so, UV-Strahlung und Druck und sowas, das ist ja auch eine körperliche Belastung. Da gibt es schon eine Begrenzung, aber das kommt je nach Arbeitsvertrag darauf an, wie viele Stunden das dann halt quasi sind bei dir. Aber das absolute Maximum, was es wirklich gibt, sind 95 Stunden im Monat, die du nur in der Luft verbringen darfst. Ist Leipzig dann mittlerweile schon langweilig? Auf gar keinen Fall, nein, also wirklich unter gar keinen Umständen. Ich sage auch immer, mich kriegt hier nichts und niemand weg, auch wenn ich die schönsten Städte auf der ganzen Welt schon gesehen habe. Aber das ist meine Heimat und hier will ich nicht weg und hier kriegt mich auch nichts und niemand weg. Also ich weiß wirklich nicht, was passieren müsste, dass ich hier wegziehe. Also wir nehmen dich beim Wort und wir werden das jetzt immer als Argument benutzen, wenn uns jemand fragt, was ist die schönste Stadt der Welt? Und dann werden wir auf jeden Fall sagen Leipzig und wir haben es aus sicherer Quelle erfahren. Ja, ich wollte gerade sagen, dass jemand die ganze Welt schon gesehen hat. Ich sage trotzdem, es ist Leipzig, also Mutterstadt, love it. Sehr gut. Du lebst also schon immer in Leipzig oder bist zugezogen? Born and raised, genau. Ja, schon immer. Aber nicht in Großschacher zumindest. Genau, Großschacher, das ist erst meine Wahlheimat seit circa einem Jahr jetzt. Weil du sozusagen schon vergrößert hast für den Familien. Ja, und dann auch endlich mal eine eigene Wohnung und so und dann mit den Freunden zusammenziehen. Das wird dann auch mal Zeit, dass das nicht mehr gegangen geht. Und du stehst scheinbar auch auf Action, ne? Haben wir ja jetzt. Ja, klar, no risk, no fun. Definitiv. Also wir haben es auch schon hier im Vorgespräch gemerkt. Also es gibt hier schon so ein paar Punkte, wo man sagt, also es ist schon aufregend hier in Großschacher zu leben. Die Mentalität hier von den Menschen. Das stimmt. Wenn der Fernseher mal nicht funktioniert, setze ich einfach vor das Fenster und quasi Free-TV. Was ist denn deine liebste Ecke in Leipzig, wenn es nicht gerade deine Heimathut hier ist? Wo bist du noch gerne unterwegs? Also ich komme jetzt gerade frisch vom Kosputner See. Die zählt definitiv mit dazu. Es ist eine mit der schönsten Ecken. Kommt halt auch dazu, dass es einfach mit hier in der Heimat liegt. Es ist schon laut, wenn die Straßenbahn hier ums Eck kommt. Ja, also wie gesagt, liegt halt einfach daran, dass ich hier halt mit aufgewachsen bin. Im wunderschönen Südwesten. Aber was ich auch total schön finde, ist das Völkerschlachtdenkmal. Abends am Völkerschlachtdenkmal. Wir waren letztens auf dem Südfriedhof. Also dahinter quasi. Völkerschlachtdenkmal kommt noch. Da wart ihr noch nicht gewesen? Nee. Da waren wir noch nicht. Wir müssen uns ein paar Highlights da immer noch aufheben über die Staffeln hinweg sozusagen. Das stimmt. Und die Wahrheit ist, dass im Oktober ist ja dieses, er hat sich ja diese Völkerschlacht. Und da finden wir auch spannende Dinge dort statt. Und das hat letztes Jahr nicht stattgefunden wegen Corona. Und dann haben wir gesagt, verschieben wir das noch um ein Jahr. Und hoffen, dass sie dieses Jahr dieses große Schauspiel dort aufführen. Zu großen Völkerschlachten und schauen. Dass es dieses Jahr dann klappt, genau. Genau, also Corona hat ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber davon lassen wir uns nicht aufhalten. Genau, und lasst euch auch nicht aufhalten. So, das Beste kommt zum Schluss, nämlich deine Geschichte, mit der du gewonnen hast bei den Leipziger Verkehrsbetrieben. Als Flugbegleiterin private Rundreisen in Leipzig erleben und du hast es, ich fasse es nicht, gereimt. So sieht es aus, genau. Eine meiner Stärken, ich habe die da mal ausgespielt und es scheint dir auch was gebracht zu haben. Bist du Poetry-Slammerin vielleicht auch noch sowas? Machst du sowas? Das wäre mal eine Idee, aber bisher, nee. Das müssen wir mal mit Lina, da müssen wir mal was hier. Stimmt, Poetry-Slammer hatten wir auch schon im Podcast, aber das kommt wirklich sehr nah ran. Und wenn du magst, kannst du uns die Geschichte gerne vorlesen. Ja, klar. Ich würde dir das iPad überreichen. Super, im Kopf habe ich die leider noch nicht. Das war Product Placement. Perfekt. Ich starte einfach. Okay. Egal ob nah oder fern, als Flugbegleiterin habe ich das Reisen sehr gern. Am liebsten bin ich jedoch stets daheim, das kann nur mein geliebtes Leipzig sein. Mit der Straßenbahnlinie 1 zum Kurkwitzer See oder mit dem Bus geht's schnell ins Belandtes. Für die Adrenalin-Junkies definitiv ein Muss. Auch in die Innenstadt geht's innerhalb von kürzester Zeit. Dafür stehen uns täglich auch unzählige Busse und Bahnen bereit. Mein Leipzig aus den Öffentlichen zu erleben, für mich könnte es kaum was Schöneres geben. Überall schnell und komfortabel hinzureisen, dazu muss man sich nicht immer ein Flugzeug leisten. Umweltfreundlich von A nach B und das zu jeder Tages- und Nachtzeit. Die LVB ist immer startbereit. Die Leipziger Verkehrsbetriebe möchte ich nicht missen, denn für meine privaten Rundreisen bekommt man sie definitiv nicht mehr aus dem Gewissen. Wer also träumt von fernen Reisen, steig ein bei der LVB. Die bringt dich sicher und schnell von A nach B. Wow, mega. Supercool. Also du hast schon so ein bisschen Reimtalent, Lyrik? Irgendwo muss ja das Talent liegen. Bei mir ist anscheinend daraus so ein bisschen mitgefallen. Und jetzt die viele Zeit zu Hause, die scheint dich kreativ zu machen. Ich wollte gerade sagen, ich habe aber überhaupt nicht damit gerechnet. Ich dachte, das machen eh so viele Leute mit. Ich habe überhaupt keine Chance. Und da lag ich mal nachts irgendwann im Bett und so vor Langeweile, wenn du nicht pennen konntest. Mal rumgescrollt. Da wurde mir das auf einmal angezeigt und dachte so, ja, habe ich Kommentare gelesen. Das waren noch gar nicht so viele. Und dachte so, okay, das haben vielleicht noch gar nicht so viele Leute mitbekommen. Da habe ich mein Glück halt mal probiert. Da schnell auf die Schnelle da was zusammengereimt. Und das scheint ja irgendwie doch ganz gut angekommen zu sein. Auf jeden Fall. Naja, das sprießt ja nur so vor Liebe zu Leipzig. Das stimmt, das stimmt. Wie gesagt, als Flugbegleiterin, die schon die ganze Welt gesehen hat, cool. Ja, Leipzig ist auch wirklich schön. Stadt der kurzen Wege. Es gibt so viel Natur, tolle Menschen, viele junge, aufgeschlossene Menschen auch. Also wir sind ja auch, also wir sind ja die Zugezogenen, die sich irgendwann verliebt haben. Ach was, aber dafür kriegt man euch ja bestimmt nicht mehr weg. Das stimmt. Schwierig, ja, also mega schwierig. Beziehungsweise nein, du hast recht. Sehr, sehr. Sarah, vielen Dank für das Interview. Wir wünschen dir, deinem Freund, dem Baby alles Glück der Welt und hoffen auch natürlich, dass du dich auch in Zukunft nicht aufhalten lässt, so wie es die LVB gerade uns plakatiert in der ganzen Stadt. Vielen Dank, dass du da warst. Ja, ich habe zu danken. Vielen lieben Dank für das nette Interview mit euch. Vielen Dank. Du darfst auch gerne noch da bleiben, denn, das erkläre ich an dieser Stelle immer. Kevin erzählt jetzt ein bisschen was über Gott und die Welt, beziehungsweise über Großtschocher und der Welt. Du hast wieder in Geschichtsbüchern gekramt, in Form von Wikipedia und du wirst Dinge über Großtschocher erfahren. Damit kannst du, also das ist wirklich Faktenwissen, mit denen du dann immer punkten kannst, wenn du dich mit Familienmitgliedern oder Freunden unterhältst. Und danach gibt es ein Quiz und da brauche ich immer so ein bisschen einen Jokerei. Kevin stellt mir dann wieder willkürliche Fragen über Leipzig und ich glaube, alleine schaffe ich das nicht. Klar, ich stehe dir zur Seite. Übrigens nochmal ein ganz kurzer Tipp an euch da draußen. Die komplette Geschichte von Sarah, die gibt es inklusive der Aktion von der LVB zum Nachlesen bei der LVB, bei uns im Blog und vielleicht auch an jeder Haltestelle. Ja, dann sieht man dich ja auch an den Haltestellen. Demnächst. Kevin, jetzt ist dein Part dran. Ja, vielen Dank. Fakten, 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 die du so sicher noch nicht über die Messestadt wusstest. Kevin verrät sie dir. Genau, wir sind heute mal wieder in Großtschoch unterwegs und deswegen, ich würde sagen, ihr hört einfach in den Fahrschein 23 rein von der ersten Staffel. Das ist echt ernst, du faule Socke. Da waren wir an der Huttenstraße, das ist eine Station weiter hier Richtung Innenstadt. Das heißt, du hast nicht in den Geschichtsbüchern gekramt heute. Doch, ich habe lange in den Büchern gekramt, aber nichts gefunden zu dieser Haltestelle. Es ist tatsächlich traurig. Sarah, hast du einen Tipp? Ich kann ansonsten erzählen, dass hier eine neue Wendeschleife gebaut worden ist von der LVB. Oh, spannend, ja. Natürlich. Aber ansonsten tatsächlich kann ich nicht viel erzählen, aber ich habe natürlich trotzdem was vorbereitet. Und zwar, willkommen zu meiner Lieblingskategorie. Drei Fragen für Alex. Das Leipziger Podcastbetriebe Quiz. Ja, Alex, richtig gehört, heute gibt es eine Leistungskontrolle zur damaligen Haltestelle. Ich habe heute nur vier Fragen vorbereitet. Nichtsdestotrotz brauchst du die tatkräftige Unterstützung von Sarah. Ich befürchte es auch. Ich probiere mein Bestes. Ich habe mir ein bisschen was ausgedacht oder, naja, nicht ausgedacht, sondern herausgekramt. Und seid ihr denn bereit erstmal? Wie immer. Nicht. Start klar. Sehr gut. Kommen wir zur Frage Nummer eins. Was ist das Wahrzeichen von Großtschacher? Ja, das musst du ja wissen jetzt, Sarah. Ich würde gerade sagen, also wenn man die Jugendlichen mit dazu ziehen kann, die hier jedes Wochenende ihre Party feiern, dann definitiv die. Jugendliche und Wendeschleife mal ausgenommen. Das Partyvolle. Der Alex weiß schon Bescheid, dass ich in den Geschichtspüchern krame. Das Wahrzeichen von Großtschacher. Sieht man das hier irgendwo? Du guckst gerade so auf, weil ich da hin. Ne, ich habe einfach nur in den Sonnenuntergang geschaut. Das wären wir jetzt in Lindenau oder Reutnitz, würde ich sagen, das Kaufland. Da kann man ja zum Leute gucken hingehen. Aber das ist ja hier ein bisschen weit weg, ne? Das kannst du hier aber, naja, wo, ja, von der Haltestelle, das stimmt. Es gibt doch hier an der Hutenstraße so eine Kirche, wo auch mal eine Schule drin war oder so. Die Schule, die ist daneben, ja, das stimmt. Aber das Wahrzeichen von Großtschacher. Den Friedhof da unten? Ich weiß es nicht. Ne. Wo sind die Auswahlmöglichkeiten? Wollt ihr lernen? Wollt ihr lernen? Wir lassen die Straßenbahn vorbeifahren und dann erzählst du mal, was das Wahrzeichen von Großtschacher ist. Ich warte ganz gespannt auf meinen großen Auftritt. Der See? So, also. Es gibt hier noch einen See. Aber der ist erst die nächste Haltestelle. Obwohl das... Der ist es auch nicht. Alles. Okay. Also, die Frage war, was ist das Wahrzeichen von Großtschacher? Und zwar, es ist der Wasserturm. Ach, wie dumm. Natürlich. Ah, also ist es in der Nähe vom See, oder? Nein, fußläufig. Von der Haltestelle aus. Und du hast auch noch dahinter geguckt. Ich sag auch noch, du guckst bestimmt da nach. Der Wasserturm. Okay. Genau. Und zwar ist er gleich hier ein paar Meter weiter in der, oder mit dem Bus kann man da auch hinfahren, zur Haltestelle Wasserturmweg. 1904 entstand nämlich ein Wasserwerk hier und damit hielten die Hauswasserleitungen Einzug in Großtschacher. Darauf waren die GroßtschacherInnen so stolz, dass sie in diesem Zusammenhang den erbauten Wasserturm seither, als sie ihr Wahrzeichen tragen. Der Schitting. Ja, Wahnsinn, ne? Von wegen, er beobachtet den Sonnenuntergang. Er hat nur nach dem Wasserturm geguckt. Aber man sieht ihn von hier aus nicht. Ich will aber gerade sagen, das siehst du leider nicht. Er ist wahrscheinlich hinter dem Hotel oder was das da ist. Ja, hinter so einem Ärztehaus ist das, genau. Genau. So. Das war auch für eine Runde. Mieser Start. Hätte man wissen können, ja. Ich habe ja gesagt, Leistungskontrolle. Aber es ist ja auch sehr subjektiv, sage ich mal. Also die Kirche ist auch sehr schön. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr da mal seid, schaut euch lieber auch mal die Kirche an. Ja. Seid ihr bereit für Frage Nummer zwei? Aui. Sie. Habt ihr eine Ahnung, wer Gerhard Elroth war? Also hättest du jetzt nur nach Gerhard gefragt? Das ist mein Opa. Dafür gibt es einen halben Punkt. Na, immerhin. Wenn ich jetzt auch noch einen halben Punkt ergaue, dann haben wir es, ja. Ja. Brauche ich auch nur noch eine kreative Lösung. Aber mir fällt gerade niemand ein, außer jemand, der vielleicht irgendwas Wichtiges für diesen Stadtteil hier getan hat. Also, er steht ja da drüben an der Haltestelle auch dran, Gerhard Elrothstraße, da sind wir nämlich. Aha, aha. Genau. Ganz kurz, er lebte erst mal von 1909 bis 1949. Er war Widerstandskämpfer, konnte aus der Haft von der Gestapo 1945 flüchten und sorgte dann zusammen mit Georg Schumann und anderen Widerstandsgruppen für die widerstandlose Übergabe der Stadt Leipzig an die Alliierten USA damals. Außerdem war er dann Funktionär im Kommunistischen Jugendverband Deutschland und wurde dann SED-Mitglied. Und das hast du schon mal im Podcast erzählt? Weiß ich nicht, nö. Das sind für mich neue Infos. Aber den Wasserturm auf jeden Fall. Ja, Wasserturm hat mich schon mal gehört, aber. Okay, seid ihr glücklich mit der Antwort? Hättet ihr das wissen können? Wenn sie von uns gekommen wäre, wäre ich glücklich mit der Antwort gewesen, aber so. Also da hätten wir schon sehr krasse Geschichtsnerds sein müssen, um da irgendwie drauf zu kommen. Ich muss auch zugeben, also ich habe tatsächlich vier oder fünf Stunden. Nach dem Namen gesucht? Nee, allgemein zu dem Grutschocher irgendwas gesucht. Ich wollte halt auch nicht den See nehmen, den wir ja vorhin schon mal erwähnt hatten, weil da kommen wir dann zur nächsten Haltestelle wieder. Irgendwann sind wir mal an so einer Haltestelle, wo es wirklich gar nichts zu sagen gibt und dann müssen wir wirklich über Google-Rezensionen von der Haltestelle berichten. Stammeln. Krasse Haltestelle. Ich sage nur Stammeln. Kommt noch, oh ja. Frage Nummer drei. Jo. Wer ließ den Müllpark hier in Grutschocher einstmals anlegen? Ich muss mir überlegen, was das überhaupt für ein Park ist hier. Ist das der Richtung Hüttenstraße, wo wir dann mal saßen? Ja, das kleine Ding dazwischen. Da hinten drin waren wir. Wenn das mal nicht der Gerhard Ellrott war. Dem würde ich das zutrauen, ich sage dir. Nee, da hat er noch nicht gelebt. Ich kann euch mal eine Jahreszahl beraten. 1870. Na gut, nee, das war vorsichtig. Dann waren es vielleicht seine Eltern. Ist das jemand, den man kennt? Da gibt es auch eine Straße, ja. Karl Heine. Nee, wie heißt denn die andere Straße? Oh, 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 ich weiß es. Siebknecht? Nee, du, ich beschreibe jetzt. Du gehst zur Hüttenstraße. Ja. Und dann fährst du links rein. Wie heißt denn die Straße? Du gehst zur Hüttenstraße und dann fährst du... Ich google das jetzt. Ich weiß, ich weiß, wie du meinst. Hast du dein Internet da drauf? Wenn du an der Haltestelle stehst und statt auswärts mit der Straßenbahn fahren willst, ich sage dir genau... Breitschuh? Nee, 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 nee. Google Maps. Den Punkt kriegen wir jetzt. Den lasse ich mir nicht nehmen. Mit Cheapen. Jetzt habe ich hier nur Apple Maps. Apple Maps. Antonio? Nee, warte mal. Oh, oh, oh. Oh? Ja, 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 ja. Nee, warte mal. Giederno-Brunostraße. Nee. Nee, irgendwas mit Antonio. Er hat schon den ersten... Den Vornamen hat er schon... Antonio. Nicht ganz, aber Anton. Anton Zickmantel. Ach, das! Ich dachte... Tada! Sehr gut. Du hast nicht gesagt, dass wir nicht Google Maps verwenden können, ne? Anton Zickmantel. Ich hatte nicht erwartet, dass dein iPad... Achtung, Product-Platement. Langsam wird es auffällig. ...dass quasi Internet hat. Aber du kannst gerne nochmal erzählen, wer dieser Herr war. Genau, Anton Zickmantel ließ 1870 einen knapp zwei Hektar großen Park anlegen, welcher zunächst nur für die Familie und die MitarbeiterInnen zugänglich war. Also, ein schöner kleiner Vorgarten, so wie sie es gehört. Noch ganz kurz, 1945 ist er dann der Öffentlichkeit auch zugänglich gemacht worden. Seitdem kann man da quasi flanieren. Okay, dann habt ihr jetzt einen dreiviertelsten Punkt mit Cheaten. Äh, anderthalb! Anderthalb! So, vierte Frage, letzte Frage. Wenigstens, den sollte man uns jetzt echt mal holen. Also, es ist echt beschämenswert, dafür, dass ihr überhaupt keine Ahnung habt, wo ich überhaupt lebe. Ja, der stellt auch wieder Fragen der Mann hier drüben. Also, jetzt kommt bestimmt wieder eine Schätzfrage. Eine Schätzfrage ist immer dabei. Ne, tatsächlich nicht. Das ist die, die weggefallen ist. Es ist eine Wissensfrage. Und zwar, was war die rote Villa? Oh, das ist bestimmt wieder was richtig Einfaches und ich checke es einfach nicht. Eine rote Villa, steht sie noch oder gibt es sie nicht mehr? Die steht, soweit ich weiß, nicht mehr. Und wo stand sie mal? Hier in Großscherr. Das wird ein Teil der Antwort wahrscheinlich verraten. Ich sehe schon, ihr wollt Zeit schinden. Ja, und ich sage jetzt einfach mal, das hat was mit der kommunistischen Partei, weil rot, zu tun. Das war der, das Haus, der, das ist schon mal falsch, also gehe ich weiter mit SPD. Ach Mist. Also, ich weiß, dass es hier eine Villa gab, das war mal ein Kindergarten. Aber, okay, nein, er schüttelt den Kopf, dann war es das wahrscheinlich auch nicht. Das war das Rathaus. Soll ich euch erlösen? Gib uns noch einen Tipp. Wir müssen wenigstens mal einen Punkt holen. So in Richtung. Das hat wieder was mit der dritten Frage zu tun. Mit Herrn Zickmandel und mit seinem Park. Das war das Schloss, was da an diesem Park angegliedert war, sozusagen. Man kauft doch ein Schloss nicht in der Villa. Das war den seine Villa. Bitte? Das war den seine Villa. Nee. Nicht ganz. Der hat die erbauen lassen. Das weiß ich nicht. Er, es hat was mit Anton Zickmandel zu tun, aber er hat es nicht bauen lassen. Und er hat dort nicht gelebt. Kevin, du musst uns echt, also du musst es sagen. Das ist jetzt so drei Fragezeichen überhaupt. Das ist jetzt, ja, das macht alles keinen Sinn. Es war Wohn- und Arbeitsstätte von Max Zickmandel. Ach, boah, schön. Der Nachname kam mir drinne vor. Dem Sohn von Anton Zickmandel. Von der Villa aus wurde das Unternehmen gemanagt. Ja. Großartig. Genau. Und ihr seid durch. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe noch eine Kleinigkeit. Du weißt wahrscheinlich, was kommt, wenn du unseren Podcast hörst. Nee, tatsächlich bis zum Schluss, ich muss ganz ehrlich gestehen, habe ich noch nicht gehört. Aha. Du bist also einer von denjenigen, die hier schon gar nicht mehr zuhören. Ich dachte so, ich habe eh keine Ahnung. Du hättest jetzt sagen können, du hörst das jeden Tag zum Einschlafen und irgendwie schläfst du dabei immer ein. Natürlich, das wollte ich damit auch sagen, dass ich bis dahin einfach noch nicht gekommen bin. Und zwar haben wir eine kleine Aufmerksamkeit für dich. Ach, wie cool. Süß, sogar mit Bommel. Ich habe meine abgemacht. Ich wurde dafür sehr kritisiert. Was? Gerade die Bommel ist das Coole da dran. Vielen Dank. Eine Leipziger Podcastbetrieb mit Mütze. Das ist ja süß. Wir sind auch noch ein bisschen kalt draußen, haben es extra so bestellt. Ja, und außerdem, die Frauen kennen das Problem, wenn die Haare einfach mal nicht liegen, sitzt die Mütze auch. Ich kenne es auch. Ich kannte es auch so. Ich glaube, man muss das gar nicht auf Frauen reduzieren in Corona-Zeiten. Corona-Zeiten haben das alle mal die Erfahrung gemacht. Stimmt, so lange wie die Friseurgeschäfte geschlossen waren. Genau. That's true. Super, vielen lieben Dank dafür. So, und für euch da draußen, wer noch mehr von der Stadtteilgeschichte Großtschocher erfahren möchte, sollte sich dem örtlichen Museum Heimatblick von Werner Franke in Besuch abstatten. Oder sich einfach an Kevin wenden. Ja. Der kennt sich nämlich richtig gut aus. Einfach mal anrufen. Wir kommen zur letzten Kategorie. Nee, ich hab noch einen Funfact. Oh, einen Funfact. Ja, na klar. Den müssen wir natürlich unbedingt hören. Ja, na klar. Und zwar, wie bist du hierher gekommen heute? Mit dem Rad. Mit dem Rad. Hast du was gemerkt unterwegs? Ja, es war schön sonnig. Das stimmt. Frühlingshaft schon fast. Das stimmt. Die Leute sind gewöhnungsbedürftig. Sind tolle, die tolle Menschen. Du bist sehr willkommen geheißen, wenn du nach Großschor einreitest. Denk dran, I don't feel hate. Ich bin schnell Freunde, glaube ich. Nein, nein, nein. Spread love. Hast du, ist dein fahrbarer Untersatz gut über die Straßen gekommen? Si. Wirklich? Was? Du merkst. Wo bist denn du lang gefahren? Ich bin nicht so lange hier lang gefahren. Also ich kam hier vorne. Also hier diese Straße ist gut ausgebaut. Außer, dass ich fast in die Schiene reingefahren bin. Die Heizstelle ist ja auch neu gemacht. Nein, dann bin ich rechts abgebogen. Dann war kein Großschor mehr da. Da ist es scheinbar schon fast am... Aber wenn du die Dixkau-Straße oder auch wo wir Hüttenstraße unterwegs waren, es ist ja ein Grauen. Das kann sein. Das ist, ja, dein Bindest du vorzeitig, wenn du da... Aber nicht mehr lange. Selbst wenn du Straßenbahn fährst. Ist wirklich so. Aber nicht mehr lange. 20, 23 soll gebaut werden. Ne, 22 sogar schon. Scheiße, jetzt habe ich die Jahreszeit gar nicht aufgeschrieben. Pardon. Egal. Ne, doch, hier steht es. Und zwar müssen wir noch gut anderthalb zwei Jahre warten. Und dann wird die Straße gebaut. 23 Millionen Euro nimmt dafür die Stadt in die Hand. Und dann wird die komplette Dixkau-Straße gemacht. Oh. Und ihr müsst 20 Kilometer um Leitungen fahren, um in die Stadt zu kommen. Ich wollte gerade sagen, wie kommt man denn hier von A nach B? Das ist völlig abgestattet. Das ist egal. Danach wird es schön. Hier hergezogen und dann wird erstmal alle die Verbindung gekappt zu Leipzig. Na ja. Aber dafür, danach wahrscheinlich Boderweiche Asphalt. Danach ist wahrscheinlich wieder Asphalt Boderweich. Möchte sein. Na wohl, du hast ja das heute schon so empfunden, dass hier alles in Ordnung ist. Ich war, wie gesagt, ich bin nicht so viel hier. Also die Strecke hier geht. Wie heißt die Straße? Ja, das ist in Ordnung. Das stimmt. Der Radweg auch bis hier, bis nach Knauteil. Ab hier ist es in Ordnung. Aber davor, also echt. Ja. So. Die letzte Kategorie. Letzte Kategorie. Leipzig. Was geht ab? Hier sind die Leipziger Podcast-Betriebe Veranstaltungstipps. Es ist traurig. Es ist immer noch Lockdown. Die haben uns wieder den Feiertag geklaut. Den wir uns mal für einen Tag erhofft hatten. Morgen habt ihr nicht frei. Ihr müsst morgen arbeiten gehen. Und das Ding ist, es ist halt immer noch Corona. Also mit Veranstaltungen und sowas ist es immer noch ein bisschen schwierig. Es ist leider nichts wirklich dabei. Ich würde euch empfehlen, es ist ja Ostern. Genießt also schöne Osterfeiertage demnächst. Geht ein bisschen raus draußen. Das Wetter soll ja gut werden, glaube ich. Und macht das Beste draus. Und ansonsten guckt einfach mal bei urbanite.de slash Leipzig oder bei kreuzer-leipzig.de vorbei. Da gibt es bestimmt die eine oder andere virtuelle Veranstaltung. Und ansonsten support your local. Ist, glaube ich, auch ganz cool. Click and meet. Weiß gar nicht, gibt es das noch? Stand heute ja. Wie es morgen aussieht. Weißt du, diese Corona-Beschränkung? Und ich weiß es nicht. Also es ist ja wöchentlich anders. Ihr merkt, unser Halbwissen glänzt immer. Ja. Alex. Ja. Du erinnerst dich doch noch an die legendäre Podcast-Folge, wo wir in Knautkleberg waren. Da waren wir nämlich am BBW Leipzig unterwegs. Diese Einrichtung ist jetzt 30 Jahre alt geworden. Herzlichen Glückwunsch von meiner Seite her nochmal. Schade, dass diese Pandemie diese Riesensause vereitet. Dennoch, am 8.5. gibt es nämlich einen digitalen Tag der offenen Tür. Und warum erzähle ich das eigentlich? Mich gibt es mittlerweile dort im Interview zu hören, zu sehen, zu lesen. Ich wollte einfach mal nochmal ein bisschen Werbung machen. Ja, ja. Marketing. Das hat alles eine Marketinggründe. Genau. Ich wurde nämlich befragt zu meiner Ausbildungszeit vom Berufsbildungswerk. Und ja, dem stand ich Rede und Antwort. Und das kann man, wie gesagt, im Videoformat mit Gebärdensprache. Und eben auch im Textformat dort nochmal sich anschauen. Aber da musst du direkt mal vorbeiklicken nach dieser Podcast-Folge. Genau. Liebe Leute. Genau. Und die Links dazu, die gibt es bei uns im Podcast. Wie immer natürlich. Haben wir noch irgendwas, Alex? Die Verabschiedung. Die Verabschiedung. Vielen Dank nochmal an dich, Sarah. Ich jetzt zu Dank. Es war uns eine Freude. Sehr, sehr gerne. Und das waren die Leipziger Podcast-Betriebe für heute. Für mehr Informationen besuche unsere Webseite podcastbetriebe.de oder folge uns auf Twitter, Facebook, Instagram und sonst wo. Außerdem erreichst du unseren Anrufbeantworter telefonisch unter 0341 49 26 4182. Um keine Folge mehr zu verpassen, abonniere am besten jetzt unseren Podcast. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, freuen wir uns sehr über positive Rezensionen und Bewertungen, denn jedes Like und jeder Daumen nach oben hilft uns, diesem Podcast ein klein wenig bekannter zu machen, sodass wir demnächst noch mehr Menschen auf unsere hörbare Stadtrundfahrt mitnehmen können. Wir hören uns wieder am 14. April, also in zwei Wochen. Und dann steigen wir an der Haltestelle Pommernstraße aus. Noch nie gehört. Bis dahin. Tschüss. Ciao, ciao. Enthaltestelle. Bitte alle aussteigen. Wir bedanken uns, dass Sie die Leipziger Podcast-Betriebe gehört haben und würden uns freuen, Sie bald wieder als Hörer begrüßen zu dürfen. Mehr Infos auf podcastbetriebe.de